Hallo Leute zusammen, ich bin Gabriel und ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Geschenke und Tabus. In verschiedenen Kulturkreisen gibt es beim Schenken bestimmte Tabus. So habe ich zum Beispiel in Taiwan gesehen und erlebt, dass man gewisse Dinge nicht schenken soll, wie zum Beispiel Schuhe oder Uhren. Und womit hat das zu tun? Das kommt davon, dass das Wort für Schuhe auf Chinesisch xie, xiezi ist. Und das ist ein Homonym, das heißt also die gleiche Aussprache für ein anderes Wort. Und zwar das Wort schlecht, xie, oder zum Beispiel das Wort für Uhre, chung, heißt auch das Ende. Und das erinnert irgendwie auch an den Tod. Und deshalb sollte man keine Schuhe und keine Uhren schenken. So ist zumindest die traditionelle Sichtweise. Und ich möchte auch über die Geschenkkultur im Westen oder in Österreich in meinem Fall sprechen. Also in meinem Heimatland in Österreich gibt es natürlich auch gewisse Normen, was man sich schenken soll, was man nicht schenken soll. Aber es gibt nicht so konkrete Vorgaben, wie zum Beispiel Schuhe oder Uhren. Aber ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Und diese Beispiele haben im Grunde auch sehr viel mit Hausverstand zu tun. Es geht also eher nicht um ganz konkrete Normen und Vorgaben, sondern eher darum, was in welcher Situation eher passend oder unpassend ist. Eine Frage wäre einmal, welche persönliche Beziehung man zu dieser Person hat, der man etwas schenken will. Und da muss man dann darauf achten, dass man nicht etwas zu Unpersönliches oder umgekehrt etwas zu Persönliches schenkt. Wenn man zum Beispiel dieser Person nicht so nahe steht, dann sollte man nicht extrem persönliche Gegenstände schenken. Das wäre so eine Idee. Ein weiterer Aspekt sind Geschenke in geschäftlichen Beziehungen. Also wenn ich irgendwie eine geschäftliche oder eine berufliche Beziehung zu einer Person habe. Und wenn es Geschenk nicht passend zu dieser einen Geschäftsbeziehung ist, könnte man das auch anders interpretieren. Der nächste Aspekt ist dann die Religion. In manchen Religionen sind beispielsweise verschiedene Lebensmittel angebracht oder unangebracht. Sie werden als unrein oder rein gesehen. Und das kann sich von Religion zu Religion sehr stark unterscheiden. Wenn man also beispielsweise ein Lebensmittel jemandem schenkt, in dessen Religion dieses Lebensmittel unrein ist, dann ist das keine gute Idee. Weiters gibt es auch Geldgeschenke. Das heißt, ich schenke überhaupt keinen konkreten Gegenstand, sondern nur Geld. Für manche Leute ist das ein sehr einfacher Weg, um sich erkenntlich zu zeigen, um einfach ein Geschenk zu präsentieren. Da gibt es also auch sehr viele individuelle Unterschiede und Ansichten auf dieses Thema Geldgeschenk. Manche Leute finden das die beste Lösung, weil sie dann einfach selbst entscheiden können, was sie sich darum kaufen. Und für andere Leute ist es eher unhöflich und irgendwie sehr unangenehm. Und dann geht es natürlich auch darum, zu welchem Anlass man was schenkt. Wenn ich zum Beispiel bei einem sehr traurigen Ereignis ein sehr fröhliches Geschenk jemandem gebe, dann ist das offensichtlich unangemessen. Und umgekehrt, wenn es um einen sehr fröhlichen, um einen sehr schönen Anlass geht, wie zum Beispiel eine Hochzeit, einen Geburtstag und so weiter, dann muss ich auch darauf achten, dass ich etwas schenke, das mit dieser Atmosphäre etwas zu tun hat. Das irgendwie zu dieser Atmosphäre des Geburtstags oder der Hochzeit passt. Und dann gibt es noch eine andere Falle, in die man tappen könnte, indem man etwas zu Teures schenkt. Denn zu teure Geschenke könnten bei vielen Leuten auch als übertrieben empfunden werden. Außerdem könnte dann auch der Eindruck entstehen, dass sich die andere Person dafür revanchieren muss. Das heißt, dass die andere Person, die gerade dieses Geschenk bekommen hat, irgendwann in der Zukunft auch so ein teures Geschenk dem anderen geben muss. Und letztlich geht es auch um die persönlichen Vorlieben jeder Person. Wenn jetzt beispielsweise jemand sehr gerne Bücher liest und überhaupt nicht gerne Sport macht, dann wäre es offensichtlich unangebracht, dieser Person irgendwelche Sportartikel zu schenken. Das heißt also, noch einmal zusammengefasst, es gibt keine ganz konkreten Vorgaben, welche Gegenstände einfach erlaubt oder nicht erlaubt sind, sondern man muss immer darauf achten, was der soziale Kontext ist. Schlussendlich möchte ich auch eure Meinung hören. Was für eine Erfahrung habt ihr, hast du mit Schenken, besonders im interkulturellen Kontext. Schenken zwischen den Kulturen. Bitte sag es mir. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.